hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von warhammer vermintide 2 heute sind wir unterwegs mit gametolic in dem level imperium in flammen wir haben die glorreiche aufgabe alle fischer zu erledigen und ein schloss anzuzünden nebenbei gibt es vielleicht auch bücher oder upgrade würfel zu finden ich wünsche viel spaß mit dieser folge los geht's so jetzt geht's los ouch wir wurden aber ganz schön heftig zerfetzt oh ja da hat jemand hunger gehabt die chaos armys wieder unterwegs zwerg macht alle kaputte ja weißt du ich will die gegner kaputt machen dann sind die schon alle tot der typ seine ganze munition verballert aber wahrscheinlich kennt er die map deswegen weiß er wurde er gleich auflädt da sind so doppelachstypen was oder diesen heftig stimmt gar nicht wurde jemand entführt ich habe keinen einzigen abgekriegt hä wow wow zwei stück ach scheiße ich von hinten ich habe ihn von hinten gekehlt ich habe den die ganze zeit in den kopf geschossen aber ja weil du ihn stark verletzt hast ja die sniper hat schon was drauf oh ja das das it's still pretty haha so einen cool akzent ja bam so oh da kommt wieder ne horde das okay das das du du weich du aber du du unbedingt du 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 MÜV! 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 Ja, hier ist ein Getränk! Kannst dir vorstellen, ich habe keinen einzigen Hit abbekommen bisher. Fichtig. Aber meistens, wenn es schon so anfängt, dann verkack ich. Guck, guck! Ich habe so eine Beine abgehackt. Ah, guck mal, da ist eine Bombe unten. Eine Bombe? Ja, ein Bomberman. Guck, guck! Ich habe den Super-Ritter in den Kopf abgeschnitten. Geil. Geil, du Matsch! Der Fleisch hast du mit zur Hacke. Oh, oh! Kann sein, dass hier gleich so ein Riesenviech ankommt. Rattas! Ja, könnte sein, ja. Auf jeden Fall haben wir hier ein Fass. Taverne zum blutigen Rattenfänger. Oh, oh! Oh, oh! Ich glaube, ich höre das schon. Äh... Ich höre das wie ich atme. Ja, ja, er kommt, er kommt, er kommt. Ich muss jetzt nur noch das Timing herausfinden. NORDEN STATT! Oh, oh! Assassin! Hinter uns! Hab ihn! Oh, mein, äh... Mein Armbruch ist halbautomatisch. Ja, gut, gut. Das ist geil. Aber leider wenig Munition Nur 15 Patronen Nein Exaktable Ja, jetzt kommt er, oder? Oh, er kommt, er kommt Da ist er Guck, guck Da ist er Der Pariser Ich hab ihn von hinten Ich hab's versucht, ihn anzuzünden Aber ich glaub, das ist wieder mal in die Hose gegangen Hä? Ah, nein, 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 diebe Hilfe Boah, ich hasse diese Diebe, ne? Ich kämpfe lieber Ich kämpfe lieber Ich kämpfe lieber Gegen 10 von den Rittern Als gegen die Oh, ja Wow Aber ich muss sagen, diese Superfähigkeit hat mir geholfen Über diese Ratten, ey, meine Güte Ja, ich versuch, sie loszuwerden Stimmt Erstmal Irgendeiner ist tot Ja, jetzt haut er auf mich drauf Warte mal Ich hau ihn Ich hau ihn ab Ich hab hier eine Kiste gefunden Gut, gut, gut Er kommt wieder Nein Ey, ich kann von hier oben vielleicht den abknallen Ja, kannst du mal ausprobieren Au Von hinten angegriffen Die Typen klettern sogar hier hoch Wow Maschinengewehr, Mann Ab ihn Nein Wo ist denn der Kerl? Achso, ist im Haus Der Zwerg hat ihn Geil Ey, da ist ein Buch Hä? Wo? Wo hast du das gesehen? Da auf, guck Vorne Ah, ja, ja Ich komm da nicht rein Warte mal Vielleicht hier hoch Warte, hoch Der Zwerg hat das schon Hä? Wie ist denn der da dran gekommen? Hier durch Das ist ein geheim Versteck Okay Einfach kriechen Durchkriechen Einfach verkriechen Genau Ich brauch ein Getränk Sonst bin ich tot Ey, wir sind verflucht irgendwie Ja, schon wieder Was ist das denn? Das ist scheiße Hier ist ein Stärkengetränk Ich glaub, ich hab irgendwas genommen Gegen Verfluchung Ja, ich hab was genommen, aber Ich hab Naja, ich hab sowas, aber ich hab's nicht mitgenommen So Immer wenn ich's nicht nehme, dann kommt sowas Ja, klar Das ist natürlich so Gas Gas Oh, hier ist ne Truhe Natürlich nix Ah, ja, ja, da ist der Der ist tot Du auch Nee, das ist ein Kollege Fast tot Ja, ich bin gleich tot Ja, ich bin gleich tot Wo bist du denn? Ja Du bist da kämpft Ja, da waren drei Römerraten Oder so Ich hab die auf jeden Fall in Schacht gehalten Alles gut Oh, was? Healings? Was, was, was ist das? Irgendwo war healing Oh, yes I like that Hier unten im Keller Achso Oh, das tut gut Das tut gut Fühl ich mich viel wohler Ich hab nur noch sehr wenig Ich glaub, die kommen von hinten sogar Kann das sein? Ja, die kommen von überall irgendwie Gotcha 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 Egal, lass sie kommen Mach mich mal unsichtbar Ich will die gleich von hinten killen Jetzt kommen sie Wer kommen denn da? Na klar Ich muss diesen Genau dann, wenn einer irgendwie Hier Eingesaugt wird Muss ich nachladen Irgendjemand hat ein Buch gefunden Ammunition Hier ist ein Getränk, Raditz Und eine Kiste Ich kann nämlich das Getränk schon mal Ich hab wieder ein Getränk gefunden Also hier ist nochmal Und ein Buch Von einem Kollegen geklaut Oh, okay Ja, geil Nimm mal Ja, ich hab's dir wiedergegeben Ja Aber egal, wer das von uns einsammelt Achso Wir bekommen die, den Loot sozusagen Genau Ja, okay Das ist gut Finde ich eine gute Lösung Ja, auf jeden Fall Wow Wow So eine Elite-Ratte mit zwei Schlägen Richtig Aber du hast recht Wenn du den Superschlag machst Und dann direkt hinterher Ja, ja Dann sterben die schnell Das ist nicht schlecht Das ist gut Ja, was man alles so herausfindet Ja Beim Kämpfen Er wollte gerade hochklettern Ich hab den Die Beine Abgeschnitten Hürftig Ich glaub' wir sind gleich Sogar Durch Durch Hä? Gibt's Schuss? Was hin? Ja, hier sind so ein paar Spezialsoldaten Mein Gott Erledigt Hier ist ein Massaker Irgendwie gewesen Massaker Hier ist so ein Zimmer Voll mit Leichen Fächtig Also hier überlebt nie einer Hier kommen noch so Einzelne Ratten Oh, alter Schwede Warte mal Überall Leichen Ich will noch Ein Buch finden Ein Buch noch Ich hab Heilung gefunden Ganz viele Wow Das ist ja ein super Versteck hier Cool Nimm mal alles mit Was du kriegen kannst Wow Ich hab mich selbst in die Luft gesprengt Hier ist noch so eine Ratte hinter mir Gelaufen Ratten Guck mal hier ist noch so ein Heilung Und so ein Getränk Ich hab schon mal eins gesichert Ich glaub wir müssen sogar hier runter Such nach Schwarzpulver Hier gibt's bestimmt versteckte Items Irgendwo Bestimmt Wow So ein Riesenritter So ein Henker wieder Der hat mich einmal erwischt Oh Ich kann zurückschießen Ich muss nachladen Ich hab nicht getroffen Jetzt aber Die Armbrutz hat Durchschlagskraft Mhm I'm ready for you I'm ready for you Ach du Scheiße Die kommen von der Seite Ich such die ganze Zeit nach Ein Buch oder so Oh hier gibt's Käse Ey hier ist ein Keller Da gibt's bestimmt irgendwas Schönes Äh ne Kiste Aber die ist leider leer Kopfschuss Oh Leerkisten sind immer scheiße Ey das ist hier ein Geheimgang Tatsächlich Ja toll Hier ist ja gar nichts Hier ist eine Höhle Wir werden verfolgt Portion Ach wir müssen irgendwelche Fässer finden Oh Ich glaub ich hatte eins gefunden Ich bin vorbeigelaufen Oder? Ja Oder warte mal Das kann sein Tatsächlich Tatsächlich Ja Warte mal Ich hab's Der letzte Fass kommt sofort Okay Wir müssen die Leute da Ein bisschen Aufhalten Ja ich bin's fürs Töten hier Ich mach's doch nur weil's so schick ist Verantwortlich Au Nein der hat das aktiviert Scheiße Was 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 aktiviert Es explodiert jetzt ne Aber hier gibt's noch welche Achso Ja die erscheinen wahrscheinlich immer wieder oder? Sonst Sonst könnte man das ja nie schaffen Stimmt warte ich hole das nächste Der Stern auf einmal vor mir Hat mich gehauen Dann ist das angegangen Okay ich hab's Hä aber Fehlt wieder eins Aber es ist noch eins Hier ich hab's Ich hab's Irgendwo hier im Keller Irgendwo unter uns Kopf ab Da unten Ja da im Keller wo wir waren Ah jo Stimmt genau Ich passe zu lange hier auf Ja anscheinend kommen die wieder Ja die kommen immer wieder Ach toll Ja Jetzt kommen wieder welche Die Viecher können das aktivieren Wenn die drauf hauen Ja Mein Gott Ah scheiße Wurde wieder aktiviert Och nee Irgendjemand ist am sterben Ja ja ich muss den gleich retten Okay warte ich komme Wow Die sind richtig weggeflogen Ich rette ihn Achso Ich muss mich heilen Kann mal heilen Nein Wo kommen die denn jetzt alle her Ah da oben Ich hol das letzte Fass Müssen wir jetzt Aber wir müssen nicht alle Fässer holen Oder Doch Drei Stück Ne ich mein jetzt neu Nene Nene Nur mich darf jetzt keiner hauen Ja gleich ein Problem So ich hab Jetzt jetzt schnell Ja ich laufe ja Ist ja guuuut So Boah wie schnell ich jetzt schlagen kann Wow Cool Ah müssen wir schieben Wow Entzünden und wegstoßen Achso ok Ah Wow Ja Wir sind gleich entkommen Wir haben irgendein Schloss zerstört Achso wir haben dieses Äh Diese Munitionslager Da zerstört Uh Feuerwerk Ey hier ist ein Assassin irgendwo Ah diese Unsichtbarkeit ist doch geil Kannst du schön von hinten anschleichen Ja Ah Wow Ich wusste es Hau ab Du Sau Kein Problem Althafen Althafen Wow Wow Die Raketen treffen einen ne Heftig Voll in den Hintern geschlagen Mit meiner helle Bade Gibt es irgendwas schönes Außer Zerhackte Menschen Nur Körperteile Schlimmer als in der Metzgerei So Ohja Wo müssen wir denn hin Diskutiere den Wagen Aber Haben wir doch schon Zerstört Au Ey du Sau Mach du Scheiße Das Schild bringt dir auch nicht viel Bis die da hochgeklettert sind Oh ein Metzger Ein Metzgermeister Ja Hat der Leberwurst Ah ne Henke hab ich gesagt Ja Bestimmt So Hier ist ein Festchen Irgendjemand ist tot Wow Ach nee Flammenwerfer Hier ist ein riesen Typ ne Okay hier ist ein Fass Hast du Ja Hä was ist das Ich hab das Fass aktiviert Okay gut Ah toll Bringt nichts Weil der ist nicht in der Nähe Kann man den überhaupt besiegen Ja Ah ne der hat noch kein Leben Ah der hat sein kleines Viech da hinten am Rücken Also ich hab leider keine Heilung mehr Deswegen Wahrscheinlich werde ich gleich Ah Boah Heilung gefunden Ich hab den richtig eine verpasst ey Von hinten Mit Stärketrank Ach du Scheiße Oh ne die kleinen Soldaten noch Ja die nerven Ah Flammenwerfer ist nicht gut Ich versuch sein Baby von hinten da Wow Ah geiles Ding Wow Oh oh Ja man ich hab ihn Cool Geil Ja sein Baby war Oder was das war Schön Jupp In Angriffsnähe Ah ja Wir sind gleich entkommen Hier ist schon das Tor Tor zur Hölle Tor zur Hölle genau Es kommen zwar noch ein paar Gegner Aber Das sollte es gewesen sein Ja Ich hör es schon Aber guck mal Wir hatten Diesmal zwei Gegner Ne Zwei riesen Gegner Da war noch einer Ah Ich werde attackiert Was denn Ja ich wollte noch ein paar Gegner abschießen Aber dann wurde ich irgendwie von hinten attackiert Imperium in Flammen Ja Die Mission hat sich hingezogen Oh ja Ich hoffe es hat dir soweit gefallen Vergiss nicht dieses Video zu bewerten Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben Falls es dir gefallen hat Und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest Dann abonniere meinen Kanal Wenn du mich bereits abonniert hast Vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren Ist ganz wichtig Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest Kannst du mir gerne auf Twitch folgen Der Link zu meinen Twitch Kanal ist unten in der Videobeschreibung Ich würde mich auf jeden Fall freuen Ich wünsche allen einen schönen Tag Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video Ciao Ciao